Wir sind in unserem Leben inneren und äußeren Konflikten und gerade auch in den vergangenen Jahren Situationen ausgesetzt, die teils existenzielle Angst bereiten. Wege wie Meditation, Qigong oder Tai-Chi-Chuan versprechen einen Zugang zu Ruhe und Zentrierung. Doch was geschieht, wenn wir in unserem zentrierten Zustand gestört werden? Partnerarbeit im Tai-Chi-Chuan oder der Geschmack von Zentriertheit. Nun, zentriert sein ist nichts Statisches. Es geschieht in Verbindung. In mir und mit der Welt, die mich umgibt. Wir nutzen in unserem kleinen Workshop das Potenzial der Kampfkunst Tai-Chi-Chuan, um uns dieser Frage auf spielerische Weise anzunähern. Die Übungen sind zu zweit und bedürfen keinerlei Vorerfahrung. Jenseits von Kampf und Widerstand, Aufgeben oder Flucht, bekommst du einen Geschmack von verbundener Zentriertheit. Hallo. Hey. Ich bin Lennart Stein. Und ich bin Martin Neumann. Und wir freuen uns, wenn ihr beim Workshop dabei seid. Bis dahin. Ich bin Lennart Stein.